Nächster Test, die ist Green Buller. Das sind also legale Green Buller mit einer LNM von 14,1 Gramm. Ich glaube insgesamt und charakteristisch für diese Buller, die haben glaube ich einen Pfeifverbrenner. Und noch der letzte. Kurzes Fazit, also so schlecht fand ich die jetzt gar nicht, diese Green Buller. Das Pfeifen war jetzt zwar nicht so laut, aber kann man durchaus sich mal gönnen und mal testen.